Guten Tag, mein Name ist Hannes Heine und ich bin Redakteur beim Tagesspiegel. Ich freue mich, Sie heute durch die Sendung MD direkt führen zu können. Wir haben interessante Gäste im Studio. Thema wird sein die Ambulantisierung eines der erklärten Ziele der Krankenhausreform von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Ich will Sie jetzt gleich mitnehmen zu unseren Gästen und fange mal mit der Gastgeberin sozusagen, der Bundesvorsitzenden des Hamburger Bundes an. Wir begrüßen Dr. Susanne Jona hier im Studio. Hallo. Hallo Herr Heine, freut mich. Neben mir sitzt Professor Dr. Armin Grau. Er ist in der Bundestagsfraktion von Bündnis 90 Die Grünen zuständig für die Berichterstattung zur ambulanten und stationären Versorgung. Auch ihn begrüßen wir heute Abend hier im Studio. Hallo Herr Grau. Guten Abend, Herr Heine. Unser dritter Gast ist Dr. Markus Beyer. Er ist der Bundesvorsitzende des Hausärztinnen und Hausärzteverbandes und wir freuen uns, ihn auch gewonnen zu haben für unsere Sendung MD direkt hier heute Abend. Hallo Herr Beyer. Hallo Herr Heine. Ein Hinweis noch vorab. Der Marburger Bund hat die Sendung so eingerichtet, dass Zuschauer und Zuschauerinnen Fragen stellen können, Anregungen loswerden können. Und zwar lese ich dazu eine E-Mail-Adresse vor und die Kollegen bitten darum, diese Fragen und Anregungen an diese E-Mail-Adresse zu senden und werden im Nachkrank der Sendung versuchen, darauf zu reagieren. Das ist presse-at-marburger-bund.de. Ich wiederhole nochmal. Presse-at-marburger-bund.de. Dann wollen wir inhaltlich anfangen. Hallo nochmal. Schönen Abend. Also erklärtes Ziel von Bundesgesundheitsminister Karl Lauderbach ist, im Zuge der Krankenhausreform die Ambulantisierung der Versorgung voranzutreiben. Das hat er vorgestern erst, also zuletzt noch einmal deutlich gemacht mit dem inzwischen veröffentlichten Gesetzesentwurf. Es geht einerseits darum, Kosten zu sparen, ohnehin ein großer Treiber in der Politik. Andererseits aber auch, so zumindest das Credo der Bundesregierung, die Qualität der Versorgung zu steigern. Die Ambulantisierung der Versorgung könnte die Ressourcen an stationären Pflege schonen und sie wird ja heute schon vom Bundesgesetzgeber durch die sogenannten Hybrid-DIGs unterstützt. Fangen wir vielleicht mit Frau Jona an. Ist das ein gesundheitspolitisch richtiges, ehrenwertes Ziel und zeichnet sich dafür der geeignete Weg ab? Sehen Sie das? Ja, Ambulantisierung ist prinzipiell richtig. Und wo immer wir Patientinnen und Patienten ambulant gut versorgen können, sollten wir das auch tun, unbedingt. Da sind wir aber schon bei dem Knackpunkt. Es geht ja nicht nur um die Frage, was für ein akutes Problem hat der Patient. Also hat er sich jetzt irgendwie den Unterarm gebrochen? Da würde jeder sagen, na, das kann man doch prima ambulant versorgen. Und das ist auch so. Allerdings ist immer die Frage, kann sich der Patient nachher, nach der Operation alleine zu Hause versorgen. Und das mag vielleicht beim älteren Menschen, der Rechtshändler ist, mit einem Unterarmbruch schon schwierig werden. Also auch diese Faktoren drumherum müssen unbedingt berücksichtigt werden. Und es gibt ja so ein ambulanter Operationskatalog, heißt es. Da wird also festgelegt, welche Eingriffe werden sollen in der Regel ambulant behandelt werden. Da muss man sich nochmal genau angucken, ob man auch all das drumherum bedacht wird, hat. Aber die Anregung ist richtig und viele Länder sind vor uns diesen Weg auch schon gegangen. Herr Weyer, richtige Anregung, richtiger Weg, soweit er bislang skizziert worden ist? Also wir reden ja von etwas Größerem, nämlich das Gesundheitssystem in Deutschland zukunftsfest zu machen. Und da spielen ein paar Elemente mit rein, wo es um Ressourcenschonung geht, um Steuerung. Und da spielt sicher eine Verlagerung bei einzelnen Erkrankungen, bei einzelnen Eingriffen vom stationären in dem ambulanten Bereich eine Rolle. Es ist sicher nicht, also wir denken ja immer in einfachen Bindel an, in Schlagworten. Es ist sicher nicht die einzige Lösung, aber es ist ein Aspekt, Frau Jona hat es gesagt, wo wir sicher international hinterher hinken. An Sie alle drei, vielleicht zunächst an Herrn Grau, wie hoch schätzen Sie das Potenzial ein? Herr Lauterbach spricht von jeder vierten Behandlung, jede vierte Krankenhausbehandlung. 25 Prozent der Behandlung könnten, so nach dem Dafürhalten der Bundesregierung, ambulant versorgt werden. Ist das etwas, ist das realistisch? Sehen Sie das gedeckt durch Daten? Vielleicht fängt Herr Grau an und dann Sie beide? Also ich würde mich persönlich jetzt nicht auf eine konkrete Zahl festlegen, aber die Größenordnung 20, 25 Prozent der bisher stationär versorgten Patientinnen und Patienten, die dann ambulant oder teilstationär zu versorgen. Das halte ich für durchaus realistisch. Das zeigen Vergleichswerte im internationalen Vergleich etwa, wo wir einfach sagen müssen, wir behandeln ganz überproportional viele Menschen in Deutschland stationär. Die Krankenhausentlassungen, was das angeht, pro 1.000 Einwohner sind, sind wir Spitzenreiter. Und da ist dann die Größenordnung etwa minus 20 Prozent mittelfristig über ein paar Jahre entwickelt. Nicht schlagartig natürlich. Das ist, glaube ich, von der Größenordnung her realistisch. Sie necken, Frau Jona? Ich glaube, dass es relevant darunter liegt. Und noch besser als der Blick in die andere Länder ist ja zu schauen, was hatten wir für Fälle in den letzten drei Jahren in den Krankenhäusern? Welche davon würden fallen unter diesen AOP-Katalog oder auch ins IGES-Gutachten? Das ist nochmal ein anderes, was versucht hat darzustellen, wie viel ambulante Leistung könnten wir denn erbringen? Und dann schaut man einfach die letzten drei Jahre zurück und sagt so, welche all dieser Fälle würden denn jetzt darunter fallen unter die prinzipiell ambulantisierbaren oder sinnvoll ambulantisierbaren? Und dann guckt man drumherum das Patientenklientel an. Ich sage mal, der Patient, der jetzt, ich bleibe bei dem Unterarmbruch, der danach noch fünf Tage stationär war, der hat mit ziemlicher Sicherheit noch einen anderen Grund gehabt. Sonst wäre er nicht so lange stationär gewesen. Oder er wird gleich noch ein anderes Krankenhaus verlegt. Die Fälle muss man sicher alle rausrechnen. Und dann wird man wahrscheinlich bei unter 15 Prozent bleiben. Ist aber trotzdem ein relevanter Anteil, der sich lohnt, anzugehen. Und genau wie Sie sagen, Herr Grau, das wird nicht von einem Tag auf den anderen gehen, denn die ambulanten Operationszentren zum Beispiel, wenn wir jetzt von Operationen sprechen, nicht nur darum geht es, die müssen ja erstmal aufgebaut werden. Das ist ja, natürlich gibt es welche, aber die werden ja auch schon genutzt. Also das ist sicher ein Prozess, der sich linear über mehrere Jahre hinziehen wird. Herr Mayer, gibt es Größenordnungen, die unter die niedergelassenen kursieren, also Schätzungen beispielsweise im Hausärzteverband, über das, was möglicherweise an neuen Patienten auf Sie zukommt? Na ja, wir, also ich rede immer gerne von Sachen, von denen ich auch ein bisschen Ahnung habe. Von daher würde ich mich jetzt in diese Kern der stationären Tätigkeit nicht einmischen wollen und da irgendwelche Zahlen nennen. Was wir sehen, das ist die Schnittstelle, also Krankenhausaufnahmen im Notfall, ambulanzsensitive Krankenhausfälle und so. Und da ist natürlich schon ein Potenzial, wo wir alle zusammen überlegen müssen, wie wir das strukturieren. Und je nach Untersuchung sind wir da schon in einem Bereich von 30 bis 50 Prozent, wo man sagen müsste, die müssten eigentlich gar nicht im Krankenhaus bleiben oder behandelt werden. Aber da reden wir jetzt nur von der Notfallkonstellation. Die elektiven Fälle, weiß ich nicht, ob 45 Prozent da nicht ein bisschen arg hochgegriffen ist. Da denke ich, wird die Wahrheit wahrscheinlich ein bisschen in der Mitte liegen. Aber in dem, in der, in der ungesteuerten Aufnahme von Patientinnen und Patienten könnten wir, glaube ich, noch einiges erreichen. In der ungesteuerten Aufnahme von Patienten und Patienten in den Krankenhäusern? In den Krankenhausen, in den Notfallambulanzen allgemein. Also wir erleben hier eine deutliche Zunahme der Fälle, was ja auch in den Kliniken zur Belastung des Personals fühlt. Jetzt letzte Welle wieder mit Reduzierung von Notdiensten in einzelnen Bundesländern, wo die Kliniken mehr belastet wurden. Und das ist eigentlich auch, da sind wir wieder bei dem Thema Ressourcenverschwendung, natürlich auch eine Belastung für den stationären Sektor, wenn zu viele Notfälle aus dem ambulanten Bereich kommen. Sehen Sie die Niedergelassenen, insbesondere die Hausärzte, in der Lage, einen signifikanten Schwung neuer Patienten zu versorgen? Es gibt ja jetzt schon, ich will ein bisschen polemisieren, erhebliche Zweifel daran, dass die Niedergelassenen die existenten Mengen sozusagen an Patienten angemessen zu versorgen bereit sind in der Zukunft. Es gab viel Streit im letzten Jahr, es gab den sogenannten Praxenstreik, der dem Gesundheitsministerakt zugesetzt hat. Wo stehen wir da an der Hausärztefront? Also von den haushärztlichen Bereichen, es muss an mehreren Stellschrauben gleichzeitig gedreht werden. Wenn Sie natürlich in dem gesamten ambulanten Bereich nichts ändern, dann sind da natürlich nicht viele Ressourcen da, stationäre Patienten mit zu behandeln. Aber das einfachste Beispiel ist immer, wir haben, um chronische Menschen wirtschaftlich und korrekt zu behandeln, müssen wir die Minimum achtmal im Jahr sehen. Egal, ob die das brauchen oder nicht. Da ist ja jetzt auch versprochen, dass im nächsten Gesetz da Änderungen kommen. Wenn diese Fallzahlen runtergedrückt werden, wir behandeln ja im ambulanten Sektor alle zusammen etwa 550 Millionen Fälle im Jahr im ambulanten Bereich. Und da kann man natürlich durch andere Regeln die Kontakte da reduzieren und dann gibt es auch eine gewisse Kapazität wieder. Aber wenn Sie nur an einer Stellschraube drehen und sagen, dann wird es nicht funktionieren. Und darum ist es eben so wichtig, dass die Bereiche auch hier, darum ist ja auch, finde ich, diese Runde auch so gut, dass wir zusammen überlegen, an wie viele Schrauben muss ich drehen, damit es dann insgesamt funktioniert. Was ist denn die wichtigste Stellschraube? Vielleicht gehen wir nochmal die Runde so durch. Also wir haben die politische Bereitschaft, die ist gewissermaßen erklärt durch die Bundesregierung, die ist aus der Zunft bestätigt worden. Ja, auch Sie sagen, ja, die Ambulantisierung ist ein wünschenswertes Ziel. So, es macht gesundheitspolitisch Sinn. Was sind denn die zwei, drei wichtigsten Stellschrauben, die jetzt, wo es konkret wird, geliefert werden müssen? Vielleicht fängt der Grau mal an. Es gibt mehrere Stellschrauben, gar keine Frage. Also zum einen in der Krankenhausreform haben wir ein wichtiges Prinzip verankert. Wir werden in der Transformation der Krankenhäuser eine neue Gruppe schaffen. Der technische Ausdruck war immer diese Level 1i Krankenhäuser. Man kann sie auch ambulantstationäre Zentren nennen, andere Termine auch möglich, die jetzt einfach so eine Schnittstelle sind zwischen ambulanter und stationärer Versorgung, wo viel ambulante Versorgung stattfinden soll, aber eben auch ein paar Betten da sind, die dann, wenn die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte die Kapazität haben, dann die Patienten dort auch selber versorgen können. Auch die, die im Bett sind. Wenn die Kapazität nicht da ist, dann werden dafür natürlich Ärztinnen und Ärzte eingestellt werden. Also das ist ein wichtiger Punkt. Dann die Maßnahmen, die ja Dr. Bayer gerade schon angesprochen hat. Also wir wollen bei den Hausärzten eine ganze Reihe von Veränderungen durchführen. Die Entbudgetierung, aber dann vor allem auch dieses Prinzip wegzugehen von dem Quartalsbezug, von diesen acht Besuchen, die gerade angesprochen waren, die notwendig sind, um hier zu einem vollen Erlös zu kommen. Dass wir hier zum Jährlichkeitsprinzip kommen, um keine unnötigen Anreize zu Praxisbesuchen zu machen, die vielleicht eben so nicht notwendig sind. Und das andere Prinzip, wenn ich jetzt drei nennen kann, dann sind sicherlich die Hybrid-DIGs, diese gleiche Bezahlung für die gleiche Leistung, egal ob nun am Krankenhaus im niedergelassenen Bereich durchgeführt, auch ein wichtiges Weiteresprinzip. Frau Junner, woran muss jetzt geschraubt werden? Und vielleicht ergänzend, auch wenn die Hybrid-DIGs, also die, ich sage es vielleicht nochmal für diejenigen, die es nicht wissen, die gleiche Bezahlung im ambulanten und im stationären Sektor für die gleiche Art der Behandlung. Gibt es da schon, ist da schon ein Effekt abzusehen? Die sind ja jetzt erst eingeführt worden, aber vielleicht haben sie schon Einsichten. Also uns sind keine ausreichenden Zahlen bekannt, dass ich das jetzt verwerten könnte. Wir haben immer zu den Hybrid-DIGs gesagt, naja, auf den ersten Blick klingt das so wie gleiches Geld für gleiche Leistung. Wir haben aber jetzt ja auch schon Bereiche, wo ganz viel ambulant läuft. Ich sage zum Beispiel die Bestrahlung von Tumoren läuft ja weit, weit überwiegend ambulant und das ist auch richtig so. Wir sehen aber die wenigen Patienten, die stationär kommen, die haben einen knallharten Grund dafür. Das sind zum Beispiel Patienten, die nicht orientiert sind und deswegen eine Beruhigung brauchen, eine Sedierung brauchen, um sie behandeln zu können. Das sind Patienten mit Sprachbarrieren und so weiter. Also es ist zwar die gleiche Bestrahlung wie der ambulante Fall mit der gleichen Tumorgröße, aber es ist trotzdem nicht der gleiche Patient. Und deswegen hat dieses gleiches Geld für gleiche Leistung, hat auch noch ein Ja-Aber aus unserer Sicht. Das wird sicher ein bisschen Veränderungen bringen, ob das jetzt der Riesenwurf ist. Ich finde, was mir immer fehlt, wir überlegen jetzt, Sie haben ja auch die Frage gestellt, welche Stellschrauben. Ich würde mir ja wünschen, wir würden etwas mehr Versorgungsanalyse machen, bevor wir an Schrauben drehen. Ich finde es so schade, dass uns ganz oft Zahlen und Daten fehlen. Was ich vorhin gesagt habe, zu schauen, wir wissen doch, wie alt heute die Bevölkerung ist. Wir tun immer so völlig überrascht, wenn sechs Jahre nachdem ein Kind geboren wird, das eingeschult wird. Das wussten wir aber vorher. Also wir könnten ganz viel vorberechnen. Das findet nur bedingt statt. Und wir wissen natürlich Grundprobleme, die wir benennen und versuchen, die dann einzuordnen. Und ich glaube, da es gerade ein so sensibler Bereich ist, die Daseinsfürsorge für die Bevölkerung, würde ich mir tatsächlich etwas mehr auch Untersuchungen wünschen im Sinne von, wo verändert sich denn genau was. Also wir wissen, wir wissen, wir kriegen eine Ambulantisierung. Jetzt sagen wir mal, also ich glaube nicht, dass es bei 20 Prozent liegt, aber jetzt tun wir mal so. Und dann sagen wir, okay, und wir haben eine Zunahme der Alterung der Bevölkerung. Davon müssen wir ausgehen, dass zumindest in gewissen Bereichen Fallzahlen wieder steigen. Wie viel ist denn das Delta? Da müssten wir ja mal so eine Idee für kriegen. Und sowas könnte man berechnen, rein statistisch, dass sich das wieder verändern kann. Ist mir alles klar. Aber da fehlen mir oft Datengrundlagen, aufgrund dessen wir dann an Schrauben drehen. Und bei dem Schrauben drehen ist dann als nächstes wird es natürlich um die Frage gehen, wo werden ambulante Strukturen aufgebaut? Wir haben dafür ambulante Strukturen, aber sicher nicht genug. Werden im Wesentlichen im Vertragsärztlichen oder auch an den Krankenhäusern aufgebaut? Und die Krankenhäuser werden knallhart rechnen und sagen, lohnt sich die Investition? Und am Ende müssen, ist aber das Wichtige, ist die Patienten versorgt werden. Ob nun bei A oder B, sondern die Versorgung muss sichergestellt sein. Ich komme, vielen Dank Frau Jona und vielen Dank, ich komme gleich mal zu Herrn Bayer, der, wenn ich das so sagen darf, ja fast vor wenigen Stunden eine Pressemitteilung herausgegeben hat, in Reaktion auf den Bundesgesundheitsminister und sein, ich sage jetzt mal, sein Schritt oder sein Deutlichmachen der Notwendigkeit der Ambulatisierung. Ich zitiere mal, die Pläne der Bundesregierung, Krankenhäusern zukünftig fast überall die Möglichkeit zu geben, hausärztliche Versorgung anzubieten, wäre ein Dammbruch und hätte massive negative Auswirkungen auf die Sicherstellung der hausärztlichen Versorgung. Sie fahren dann fort, ich kürze das hier ab, sprechen von der aufwendigen Betreuung der Patienten mit chronischen Erkrankungen, die Sie, so die Vorschläge Lauterbachs aufgreifend, nicht gewährleistet sehen, in dessen Skizze zumindest, sprechen dann davon, dass Sie Rosinenpickerei befürchten. Das korrespondiert ein ganz klein bisschen mit dem, was Frau Jona eben sagte, die Krankenhäuser werden knallhart rechnen, was lohnt sich, was lohnt sich nicht. Dann fahren Sie vor, Herr Bayer, sollten zukünftig Krankenhäuser auch noch Hausärztinnen und Hausärzte in großer Zahl anstellen, man könnte vielleicht ergänzen, möglicherweise abwerben aus den MVZs und Praxen, dann wird es noch schwieriger als heute schon Nachfolgerinnen und Nachfolger für die Praxen zu finden. Statt also dafür zu sorgen, dass sich möglichst viele junge Kolleginnen und Kollegen niederlassen und die Menschen versorgen, will die Politik lieber, dass sie in bürokratischen und ineffizienten Krankenhausstrukturen arbeiten. Das hört sich fast so an, als wäre die Ambulantisierung zumindest mit den Krankenhäusern, wie wir sie heute kennen, nicht zu machen. Es geht an der, an der Stelle, was in dem neuen Entwurf drin ist, um den Bereich, wo Level 1i Einrichtungen hausärztliche Versorgungsaufträge quasi an der sonstigen Versorgung vorbei zugeteilt bekommen. Und da bin ich in anderen Worten sehr, sehr nahe bei Frau Jona. Wir müssen uns ja mal angucken, was brauchen wir für die Versorgung und was ist der Versorgungsauftrag. Und wir erleben es jetzt schon, also theoretisch sind diese Möglichkeiten, Krankenhäusern, die ein MVZ gründen, das haben auch einige getan, ja jetzt schon offen, in der ambulanten Versorgung hausärztliche Sitze zu erwerben. Und wir erleben in der alltäglichen Versorgung auch mit Daten, dass der hausärztliche Versorgungsauftrag mit Chronikerbetreuung für alle Erkrankungen, mit Hausbesuchen und so weiter, einfach egal von wem in den großen Einrichtungen weniger erbracht wird. Und da befürchten wir einfach, da müssen wir darauf hinweisen, dass es zwar diese Schnittstelle ambulant und stationär gibt, dass wir die auch gemeinsam besetzen müssen, aber das Versprechen zu machen, ich hole jetzt Hausärztinnen und Hausärzte an die Klinik und dann ist die hausärztliche Versorgung, so wie wir sie bisher kennen, sichergestellt, das wird einfach nicht eintreten. Diese Illusion sollte auch nicht erweckt werden. Das ist genauso, wie Frau Jona zu ihr Recht sagt, es gibt Patientinnen und Patienten, die brauchen eine stationäre Versorgung. Man braucht nicht den Anschein erwecken, dass jetzt plötzlich alle Patienten, wie hier im Beispiel mit Bestrahlung, plötzlich ambulant behandelt werden. Das wissen wir im hausärztlichen Bereich auch. Wir sind da froh, dass wir manche Patienten stationär einweisen können. Und von daher ist da die Frage, was für eine Leistung möchte ich denn haben und was braucht es für Voraussetzungen? Eine Frage an alle drei. Es fiel eben das Stichwort Bedarfsanalyse. Wir haben von Hochbetagten gesprochen oder sie zumindest gemeint, wir sprachen von Chronikern. Es drängt sich ein bisschen der Eindruck auf, dass die, oder ich höre raus, dass die demografische Entwicklung vielleicht nicht ausreichend berücksichtigt worden sein könnte. Denn natürlich fehlen Fachkräfte und natürlich geht es darum, Synergieeffekte zu erzeugen. Das ist erklärtes Ziel der Krankenhausreform. Die Frage an Sie ist vielleicht nicht ganz bedacht worden, dass die Alterung unserer Gesellschaft möglicherweise dazu führt, dass wir in 10, 15, 20 Jahren dann doch wieder mehr stationäre Strukturen brauchen. Also das, was wir jetzt abbauen und reduzieren, möglicherweise nur sehr kurz- und mittelfristig passabel war. Die Alterung der Bevölkerung schreitet voran. Es wird mehr Gebrechliche geben. Es wird weniger Leute geben, die sich möglicherweise ambulant versorgen lassen können. Ist das eine Gefahr? Also ganz kurz nochmal, ich bin ganz bei Frau Jona. Wir müssen uns die Bedarfe anschauen, was die Menschen brauchen. Und ich kann nur sagen, unsere Dreierpraxis, in der ich noch tätig bin manchmal oder war, wir hatten zwischen drei oder vierhundert Patientinnen an einem Montag in unserer Praxis und haben die meisten davon erstmal für den Tag abschließend behandelt. Das werden Sie in, das muss, da brauchen wir gar nicht den Vergleich ambulant stationär aufmachen. Das werden Sie in größeren zentralen Einrichtungen nicht haben. Da ist ein anderer Workflow. Da wird anders damit umgegangen. Trotzdem brauchen diese 300, 400 Menschen, zwei oder drei davon brauchen eine stationäre Einrichtung, die aber dann auch da ist, die wohnortnah da ist. Also das muss man sich aber angucken. Dafür gibt es ja auch Versorgungsdaten. Und das erlebe ich genauso wie Frau Jona, dass da nicht so recht hingeguckt wird, sondern richtige Schlagworte genommen. Da sind wir uns einig, man kann mehr ambulant machen. Aber wie sieht denn der Bedarf aus? Das sehe ich leider noch nicht so, dass das analysiert wird. Also ich bin mir sicher, dass wir die demografische Entwicklung da richtig im Blick haben. Also ist ja gar keine Frage. Wir wissen, Menschen werden älter, aber sie werden damit nicht ganz automatisch kränker. Das muss man auch mal sagen. Wir haben in Deutschland ein Defensit im Bereich Prävention und Gesundheitsförderung. Da sind uns manche andere Länder voraus, Skandinavien etwa. Und darauf müssen wir auch sehr viel mehr setzen. Man kann nicht einen Automatismus herstellen und sagen, wir werden älterer und deswegen werden wir kränker. Sondern es ist gerade eine politische Aufgabe, dem auch entgegenzuwirken. Das mal vorne draus geschickt. Und ansonsten sehen wir einfach doch im vorhin schon zitierten internationalen Vergleich, dass wir in Deutschland einfach sehr viel mehr stationär machen. Und ich denke jetzt eben auch nicht nur alleine an das Potenzial der ambulanten Operation. Ich sehe das auch in meinem Fach. Ich war 35 Jahre als Neurologe am Krankenhaus und wir haben da immer sagen können, ein bestimmter Prozentsatz, der gegen die vielleicht 20, 25 Prozent, die vorher schon zitiert worden sind, geht, könnte auch ambulant von uns behandelt worden sein. Wir brauchen das Krankenhaus, die Patientinnen und Patienten, aber nicht unbedingt das Bett. Und da haben wir ein erhebliches Potenzial, das in anderen Ländern schon deutlich mehr geschöpft worden ist. Und jetzt nochmal zu Ihren Punkten, Herr Bayer. Also wir planen natürlich mitnichten ein Abwerben von Hausärztinnen und Hausärzten für die Kliniken mitnichten, sondern wir schaffen eine solche Verbindungsstruktur mit diesen Level 1i-Kliniken, wo eben gerade Hausärztinnen und Hausärzte, sofern sie die Kapazität haben, eben dann Patienten weiter behandeln können, die sie vorher aus ihrer Praxis sehr kannten. Ein idealer Fall im Grunde genommen. Es gibt keine Übergabeprobleme, sondern es ist sozusagen eine Kontinuität der Behandlung da. Und in Zusammenarbeit dann auch dort mit Angestellten, Ärztinnen und Ärzten, weil natürlich der Hausarzt, die Hausärztin hier nicht den ganzen Job übernehmen kann. Aber wir wollen nicht Allgemeinmedizinerinnen abwerben, sondern wir wollen damit eine Scharnierfunktion eben schaffen und nicht einfach kleine Krankenhäuser schließen, sondern umbauen etwa zu diesen ambulantstationären Zentren und hier eine kooperative Struktur schaffen im Übergang stationär-ambulanten. Keine Abwerbung, keine Konkurrenzsituation zu den Hausärztinnen und Hausärzten. Hört sich das passabel an, Herr Bayer? Also die Grundidee zu sagen, es kann auch solche gemeinsamen Einrichtungen geben, wo wir hausärztlich tätig sind, die teilen wir auch. Drum waren wir gerade von der Formulierung dieses Abschnitts so negativ überrascht, weil da steht ganz klar drin, die Level 1i-Häuser in unterversorgten und rund unterversorgten Regionen haben gegenüber dem Zulassungsausschuss, das ist natürlich jetzt vielfach chinesisch, also die Stelle, die Ärzt-Sitze vergibt, das Recht und der Zulassungsausschuss muss in diese Sitze geben. Also das hat nichts mit Kooperation zu tun, wenn jedes Level 1i-Haus sagen kann, so ich brauche jetzt drei hausärztliche Sitze, dann ist eben genau diese kooperative Form ja gar nicht gegeben, sondern dann heißt es, das wandert von ambulant zu stationär oder teilstationärer Einrichtung. Aber vielleicht ist ja da auch noch die Möglichkeit im Gesetzgebungsverfahren da, das zu definieren, weil mit der Darstellung von Herrn Grau können wir sehr gut leben, dass man da kooperativ zusammenarbeitet. Die Grundfrage war ja, haben wir genug Betten? Also sind die Betten, die wir jetzt möglicherweise abbauen, tut uns das vielleicht irgendwann leid? Das war ja so ein bisschen die Grundfrage, die Sie gestellt haben. Und das, am Ende ist erst mal wichtig, dass wir anfangen tatsächlich über Betten zu sprechen, auch wenn wir nicht die für alle Patienten brauchen. Aber wir reden seit fünf Jahren, wenn wir über Krankenhausreformen reden, immer über Krankenhausstandorte. Da kam irgendwann mal die Bertelsmann-Studie und die Hälfte reicht und so weiter. Ja, aber das ist ja schon die falsche Einstellung. Die Frage ist doch nicht, habe ich zwei Standorte A500 Betten oder einen Standort A1000 Betten? Das ist am Ende immer noch die gleiche Versorgungskapazität. Und wenn ich kleinere Krankenhäuser schließen will, und da kann es ja durchaus Gründe für geben, dass man darüber nachdenkt, wenn man sagt, es ist besser, etwas größere Strukturen zu haben, weil die eine höhere Ausfallsicherheit vielleicht haben, weil da etwas größere Abteilungen sind, die ärztlichen Kollegen etwas weniger Nachtdienste machen müssen, weil die Abteilungen größer sind. Alles sinnvolle Überlegungen. Aber das ändert nichts daran, dass ich am Ende klären muss, wie viele Versorgungsbetten brauche ich denn. Ob ich die an einem oder an drei Standorten brauche in einer Region, ist dann nur noch ein zweiter Schritt der Planung. Und ich fürchte, da müssen wir es uns noch etwas besser klar machen, weil uns einfach international zu vergleichen, da müssen wir auch sagen, gut, Deutschland hat die zweitälteste Bevölkerung in ganz Europa. Wenn wir uns mit Dänemark vergleichen, werden wir logischerweise nicht auf die gleiche Versorgungsnotwendigkeit kommen. Und das Problem, was wir im Gesundheitswesen ja haben, ist die doppelte Demografie. Jeder Wirtschaftsbereich in Deutschland wird stöhnen und sagen, wir haben zunehmenden Fachkräftemangel. Und leider stimmt es ja auch, weil die Babyboomer-Generation eben so geburtenstark ist und ausscheidet. Aber das trifft uns als Ärztinnen und Ärzte genauso und es trifft tatsächlich den vertragsärztlichen Bereich noch etwas härter als den stationären Bereich, weil die Kolleginnen und Kollegen im Durchschnitt älter sind. Aber wir haben gleichzeitig eben die Bevölkerung, die älter wird. Das ist ja auch gut so. Und deswegen mehr Versorgung notwendig ist. Ich bin Herrn Grau sehr dankbar, dass er das Thema Prävention anspricht, wo wir viel mehr Kapazität, wo wir viel mehr auch Know-how am Ende reinstecken müssen. Denn einfach nur zu sagen, jetzt erklären wir mal, wie man sich gesund ernährt, ganz so einfach ist es ja leider nicht. Und da müssen wir auch sehr früh anfangen. Und wenn wir heute mehr Gesundheitsbildung in die Schule tun, dann rechnet sich das nicht in den nächsten fünf Jahren, sondern das rechnet sich erst in 20 und ich fürchte immer, dass das ein Grund mit ist, warum wir das so wenig tun, weil das sich nicht in einer Legislatur rechnet. Trotzdem müssen wir es unbedingt machen, weil irgendwann wird es sonst ganz schwierig. Denn wir wünschen uns ja nicht nur, dass Menschen versorgt werden, sondern dass sie auch länger möglichst gesund bleiben, wenn es irgend geht. Wir können viele Erkrankungen mit Prävention nicht erschlagen, aber manche eben schon. Aber nochmal zurück, ich glaube tatsächlich, und das ist meine feste Überzeugung, dass ein massiver Kapazitätsabbau auch im stationären Bereich nicht funktionieren wird und dass wir wieder an einen Punkt kommen werden, wo wir sagen, vielleicht müssen wir regional Strukturen aufbauen. Stationäre regionale Strukturen dann? Ja. Weil die demografische Entwicklung uns einholen wird oder die Reformbemühungen einholen wird? Ja, weil wir jetzt erstmal natürlich ein Stück weit abbauen werden. Da sind ja Zentralisierungsanreize auch drin. Und wir werden sicher einige Strukturen verändern, wenn die Umsetzung des Referentenentwurfs so kommt. Und ich glaube, dass uns das auf Dauer wahrscheinlich aber auch einholen wird. Und zu guter Letzt ist mir noch ganz wichtig zu sagen, wir müssen überlegen, wo wir für Katastrophenszenarien Strukturen vorhalten. Es gibt auch Länder, die bewusst, sage ich mal, in einem Krankenhausbau zwei Stockwerke leerstehen haben und sagen, für den Fall, dass wir akut was brauchen, haben wir die. Und Länder wie die Niederlande und Dänemark, die ja erheblich stationäre Strukturen reduziert haben über die letzten zehn Jahre, haben jetzt nach der Pandemie festgestellt, dass sie wieder aufbauen. Sie sind dann längst immer noch nicht so hoch wie wir, aber sie bauen wieder ein bisschen auf. Vielleicht, Herr Krause, Sie wollten reagieren? Ja, ich würde gerne vielleicht auch noch mal zwei Dinge sagen. Frau Jona, Sie hatten jetzt sehr stark auf die Betten abgehoben. Sie wissen ja auch, ein Kernbestandteil der Reform ist es, jetzt mehr nach Leistungsbereichen zu gehen. Also das Bett als Planungsgrundlage. Also wir denken ja als Ampelkoalition, das hat im Grunde genommen an der Stelle ausgedient. Wir wollen mehr in Richtung der Frage gehen, welche Leistungen müssen denn erfüllt werden? Was brauchen die Menschen vor Ort? Und darin dann auch Qualitätskriterien ja binden. Und das ist mit dieser Planungsgrundlage Bett. Ich habe das jetzt in 40 Jahren nahezu im Krankenhaus immer so erlebt. Man hat nach Betten geplant. Aber ich denke, das wollen wir jetzt ja gerade so, wie es NRW schon im ersten Schritt jetzt vormacht, ja ändern und sagen, die Planungsgrundlage soll es in erster Linie im Leistungsbereich sein. Am Leistungsbereich hängen dann Qualitätskriterien und hängt dann auch diese Vorhaltevergütung, sodass wir damit ein neues und aus meiner Sicht völlig richtiges Prinzip der Betrachtung einführen. Und der andere Punkt war Fachkräftemangel. Absolut, den haben wir. Ist ja überhaupt nicht in Abrede zu stellen. Auf der anderen Seite lohnt es sich da auch mal ein bisschen über den Tellerrand hinaus zu gucken. Und wir haben im internationalen Vergleich nicht wenig Ärztinnen und Ärzte, insgesamt zumindest. Pro Fallzahl am Krankenhaus sind das sehr wenige, das stimmt. Ja, das liegt an der hohen Fallzahl im Krankenhaus. Aber absolut gesehen pro tausend Einwohner liegt Deutschland nicht schlecht, weder bei den Pflegekräften noch bei den Ärztinnen und Ärzten. Und da stellt sich eben auch die Frage, setzen wir mit unseren Strukturen, die wir haben, mit dieser sehr starken Sektoren Trennung, Ärztinnen und Ärzte, Pflegekräfte, Therapeutinnen und Therapeuten, den wirklich so effizient ein? Oder könnten wir nicht durch eine bessere Strukturierung, bessere Steuerung im Gesundheitswesen, wenn wir den Personaleinsatz einfach wirkungsvoller machen? Und ich glaube, das ist so, das könnten wir machen. Wir brauchen eine bessere Steuerung. Und da haben die Hausärzte und Hausärzte, etwa mit der Hausarztin dritten Versorgung und ähnlich, eine ganz, ganz wichtige Steuerungsfunktion. Und ich glaube, dass wir solche Steuerungsfunktionen einfach in Zukunft mehr ausbauen müssen, um dann auch mit dem zur Verfügung stehenden Personal, Fachpersonal, dann auch besser zurechtzukommen, die Menschen besser versorgen zu können. Ist das ein, ich sehe Sie nicken, Herr Weyer. Ja. Wollen Sie reagieren? Ja, also das kann ich an der Stelle absolut unterstützen. Das ist auch die Sache, sich anzugucken, wo ist der Bedarf, was muss anders laufen. Und wir sehen, alles, was gesagt wurde, ist völlig richtig. Und wir sehen eben, dass wir, wenn wir die Zahlen analysieren, warum haben wir so viel ärztliches Personal und dann doch Engpässe, dass zum Beispiel bei den Arzt-Patient-Kontakten, wenn man international zählt, sind wir halt fast Weltmeister. Das heißt, es gibt Anreize durch das System und Notwendigkeiten, die Menschen sehr oft auch im ambulanten Bereich zu sehen. Und Herr Grau hat es zu Recht angesprochen, durch eine stärkere Bindung an die Praxis, durch Möglichkeiten von diesem Quartalsbezug abzuweichen, hausartzentriert zu arbeiten, dann können wir auch die Kontakte reduzieren. Da ist natürlich mehr, entstehen mehr Kapazitäten. Ich glaube, an der Stelle sind wir uns alle einig. Wir müssen versuchen, die Ressourcen, die wir dann noch haben, so effizient wie möglich und effektiv auch einzusetzen. Und dafür ist natürlich am Ende die Überlegung, welche Strukturen brauchen wir? Wo können wir besser steuern? Das ist ja auch schon gesagt worden. Wo können wir in die Sektoren lenken, wo es wirklich gebraucht wird? Wo können wir unnötige Kontakte abbauen? Und das ist insofern ein ganzes Potpourri, was wir brauchen. Nur an dem Punkt, verstehe genau, was Sie meinen. Und ich teile ja Ihre Einstellung, das zu sagen, ja, man kann nach Leistungsgruppen planen. Am Ende liegt der Patient trotzdem in einem Bett. Wenn er stationär aufgenommen ist, sitzt er nicht auf dem Flur. Also am Ende geht es trotzdem immer noch auch um diese Struktur. Und wenn ich in der Abteilung dann eine Leistungsgruppe habe, dann will ich ja auch die Fallzahl ausreichend. Und das ist ja auch sinnvoll haben. Und da müssen die Patienten ja irgendwo versorgt werden. Also ich weiß, dass alle weggehen von dieser Planungsgrundlage Bett. Ich weise trotzdem dann immer noch darauf hin. Am Ende liegt der Patient im Bett. Vielleicht eine Nachfrage. Sie alle haben jetzt die Steuerung, die Patientensteuerung erwähnt. Ist das ein leises oder mittellautes Plädoyer für das Primärarztmodell, wie wir es aus den skandinavischen Ländern kennen? Ja, wir haben, also aus unserer Sicht haben wir ja schon die Möglichkeit zu dem freiwilligen Primärarztsystem in der hausharztzentrierten Versorgung. Wir wünschen uns da mehr Anreize. Das ist ja auch in den Gesprächen mit der Regierung versprochen worden. Dänemark hat auch als freiwilliges Primärarztsystem angefangen. Und das müssen wir einfach ausbauen mit einem kleinen Anreiz für die Patientinnen und Patienten. Dann wird es auch funktionieren. Aber wir müssen sagen, außerhalb der hausharztzentrierten Versorgung liegen wir jetzt für den hausärztlichen Bereich, hat jeder Mensch im Durchschnitt 1,8 Hausärztinnen und Hausärzte. Und das können wir uns natürlich auf Dauer nicht erlauben. Da gibt es im Einzelfall mit Vertretung und vielleicht Unterspezialisierung mal so einen gewissen Grund. Aber 1,8, das sind ja fast, jeder hat zwei Hausärztinnen und Hausärzte. Das werden wir uns auf Dauer nicht leisten können. Personammangel ist ein großes Thema. Wir haben es hier angesprochen. Das ist seit Jahren in der Politik, in der politischen Debatte eines der zentralen Streitpunkte. Gehen wir mal davon aus, Millionen Patienten, Millionen Fälle werden künftig ambulant versorgt und das klappt. Und das sind, ob es jetzt 10 oder 20 Prozent sind. Ich höre aus den Praxen bundesweit, insbesondere interessanterweise in Berlin, eine Stadt, die ja sonst sehr populär ist, dass es an hunderten MFAs fehlt, dass nicht nur die Nachfolger und Nachfolgerinnen für den Praxisbetrieb, also die niedergelassenen Ärzte sind Mangelware, sondern alles drumherum auch. Der kassenärztliche Bereitschaftsdienst funktioniert mäßig. Haben wir genug Personal für eine ambulante Nachsorge? Haben wir genug Personal, um die Praxen zu bewirtschaften? Nicht unbedingt nur ärztliches Personal, sondern gibt es die Leute, die nötig wären, um so eine ambulante Infrastruktur auf Dauer aufrechtzuerhalten? Naja, wenn wir mal die ganze Bürokratie raus hätten, dann... Dann bräuchten wir weniger MFAs zum Beispiel. Dann bräuchten wir auch weniger, also nicht weniger Ärzte und Ärzte. Dann könnten Ärztinnen und Ärzte wieder mehr Zeit für Patienten aufwenden, für die echte Patientenversorgung. Und das ist meiner Meinung nach ein echter Mangel an dem jetzigen Referentenentwurf, den wir vorliegen haben, wo ja außer eine Stichprobenüberprüfung durch den medizinischen Dienst statt einer Vollüberprüfung nichts zur Entbürokratisierung drin ist. Und das finde ich ausgesprochen bedauerlich, weil als Marburger Bund sind wir der festen Überzeugung, das Einzige, was uns kurzfristig hilft, ist der Abbau der Misstrauenskultur und Abbau von Bürokratie. Das ist das Einzige, weil mehr Medizinstudienplätze sind gut, aber das hilft einfach nicht kurzfristig, weil man studiert eben nun mal mindestens sechs Jahre Medizin. Und das trifft ja den ambulanten hausärztlichen Bereich genauso wie den stationären Bereich. Das würde für uns alle riesig viel bringen. Und wir wissen, dass das anstrengend ist, dass das aufwendig ist, dass das kleinteilig ist, weil es ist ja nicht die eine Stellschraube und es ist nicht das eine Gesetz, was wir ändern müssen, sondern es ist ganz viel. Aber es gibt sehr viele gute Vorschläge, sowohl aus dem vertragsärztlichen Bereich als auch aus dem stationären Bereich. Wir haben als Marburger Bund auch eine Arbeitsgruppe seit Jahren dazu, haben Papier rausgegeben. Das gibt es von der KBV, Papier und so weiter. Und da kann ich wirklich nur bitte, bitte an die Politik sagen, weil wir haben, es gibt keine Alternative dazu, sonst wird die Versorgung schlechter und nicht besser. Und das sollte sie werden. Also volle Unterstützung, kann ich nur sagen. Und Sie haben die Berliner Situation angesprochen und Herr Grau hat eine Teillösung schon genannt. In Berlin ist die Situation, der hausärztliche Bereich ist weiterhin budgetiert. Die Kosten sind enorm gestiegen in Berlin, was Raum und Personal betrifft. Und die Kolleginnen und Kollegen haben weiterhin Auszahlungsquoten von 85 Prozent, haben weiterhin die niedrigsten Fallwerte in ganz Deutschland. Und dann können Sie sich auch einfach kein Personal mehr leisten. Dann sind Sie nicht mehr konkurrenzfähig. Die Gehälter sind teilweise in die DRGs ein, also Gehaltssteigerung ein kalkuliert. Das war bisher nicht der Fall im ambulanten Bereich. So blutet natürlich die Versorgung aus. Und von daher, Herr Grau hat es gesagt, wir warten tagtäglich auf den Gesetzentwurf, dass jetzt auch die Endbudgetierung kommt. Und das ist im hausärztlichen Versorgungsbereich in vielen Ländern sehr, sehr nötig. Ja, ich wollte das auch gerade nochmal aufgreifen. Also bürokratische Belastungen wegzubringen, ist ganz, ganz wichtig. Sowohl in den Krankenhäusern als auch im niedergelassenen Bereich. Wir müssen die Arbeitszeit der Ärztinnen und Ärzte, auch der anderen Gesundheitsberufe, für die Patienten haben und nicht für bürokratische Aufwände. Und ich denke, da machen wir jetzt schon einiges. Also die Einrichtung der Leistungsbereiche geht ja auch damit einher, dass Strukturprüfungen erfolgen, erfüllt das Krankenhaus die Anforderungen für den Leistungsbereich grundsätzlich. Und diese Strukturprüfungen wird es alle paar Jahre geben. Aber dafür werden die Einzelfallprüfungen ganz drastisch runtergefahren werden, durch den medizinischen Dienst und damit gewinnen wir Entlastung für die Ärztinnen und Ärzte im Krankenhaus. Ähnliches haben wir vor, auch im niedergelassenen Bereich. Da gibt es eine ganze Liste an Maßnahmen, aber die wesentlichen sind jetzt zum Beispiel, dass die Bagatellgrenzen für Regresse für niedergelassene Kolleginnen und Kollegen eingeführt werden. Man spricht von 300 Euro bisher, das ist jetzt nicht in Stein gemeißelt, aber muss schon eine ordentliche Summe sein. Alles drunter wird dann gar nicht mehr geprüft und da fällt dann ganz viel Bürokratie weg. Also das ist ganz, ganz wesentlich. Und dann ist es auch so, wir haben uns ja schon so ein paar Besonderheiten im deutschen Gesundheitswesen erlaubt über die letzten Jahrzehnte. Ein paar habe ich schon angeführt. Eines ist eben auch, dass wir sehr, sehr arzt- und ärztinnenzentriert sind. Denn die Pflegekräfte in den Krankenhäusern machen sehr viel weniger, als ich das in meinen Auslandsaufenthalten in den USA oder in Großbritannien erlebt habe. Und das sind alles Möglichkeiten, eine paar Ärztinnen und Ärzte zu entlasten. Wir müssen VERAS und NEPAS, also diese Versorgungsassistenten in der Hausarztpraxis, und auch weiter ausbauen, gut bezahlen. Das ist ganz, ganz wichtig, arztentlastende Tätigkeiten einzuführen. Und im Rahmen jetzt zum Beispiel des Versorgungsstärkungsgesetzes 1, wo dann ja unter anderem auch die Gesundheitskioske geplant sind, sollen auch nochmal neue Berufsgruppen dann eine Startmöglichkeit bekommen, um dann am Ende auch arztentlastend tätig zu sein. Und ganz wichtige Punkte. Ich sehe Frau Jona sehr skeptisch. Ja. Und will ganz kurz einwerfen, also der Gesetzesentwurf, der jetzt auf dem Markt ist, ist nach meinem Dafürhalten nicht so interpretiert worden, als würde die Pflege Ärzte entlastend aufgewertet. Also so aufgewertet, dass sie den Arzt tatsächlich im Feld entlastet. Vielleicht lassen wir Herrn Graukotz reagieren und dann Sie. Ja, nun gut, das ist nicht, wir reden jetzt von verschiedenen gesetzlichen Maßnahmen. Wir sind ja eine ganze, ganze Reihe von verschiedenen Maßnahmen, die parallel laufen. Das ist eben nicht nur das Krankenhausgesetz und das Versorgungsstärkungsgesetz, sondern wir haben ja auch ein Gesetz zur verstärkten Akademisierung von Pflege zum Beispiel gemacht und dann auch mit der Möglichkeit, andere zusätzliche Tätigkeiten dann auszufüllen. Das sind viele verschiedene Gesetzesmaßnahmen, die wir im Moment bereits gemacht haben, wie in der Pflegeausbildung, Pflegestärkung mit diesen Pflegepersonalrelationen, die jetzt in der Umsetzung sind. Wir wollen mal den Pflegeberuf aufwerten und stärken. Das ist nicht im Krankenhausgesetz, da haben Sie recht, das ist da nicht drin. Das ist an anderen Stellen drin. Vielen Dank, Herr Lau, Frau Jona. Also ich muss nochmal zum Thema Bürokratie zurückkommen. Ich teile an der Stelle nicht Ihre Auffassung. Es sind ein paar kleine Entlastungen drin, aber es ist viel zu wenig und es ist an anderen Stellen auch wieder ein gewisser Aufbau drin. Wir werden allein die Beauftragung, sage ich mal, des EkoTICs, die Mindestmengen, Mindestfallzahlen, so ist es da genannt, machen sollen, dass allein, ich bin mal gespannt, wann die Stellenausschreibungen kommen mit dem EkoTIC, wie viele Leute dafür wieder eingestellt werden. Ich, also in der Gesamtsumme fürchte ich, wird es ein Netto-Plus geben und nicht ein Netto-Minus. Ein Netto-Plus an Bürokratie, also letztlich mehr Verwaltungsaufwand für die Ärzte und Ärzte. Nicht nur für Ärzte und Ärzte, für Pflegekräfte auch. Die sind da ja zum Beispiel in medizinische Dienstprüfungen involviert. Die werden vielleicht ein bisschen weniger. Wir begrüßen auch, dass da ein Register kommen soll. Das ist ausgesprochen sinnvoll. Also es ist nicht nichts gemacht, aber es ist aus unserer Auffassung viel zu wenig. Und ein Netto-Plus, ich muss kurz insistieren, hieße ja, trotz der Ankündigung des Bundesgesundheitsministers, die Bürokratie zurückzufahren und den Fachleuten im Gesundheitswesen mehr Zeit am Patienten zu lassen. Das war ja sozusagen Geisterreform oder wurde als Geisterreform vorgestellt. Trotzdem sehen wir am Ende eher einen Netto-Zuwachs an bürokratischen Anforderungen. Genau, und deswegen hoffen wir doch sehr. Also es gab ja mal, es gibt ja ein Bürokratie-Entlastungsgesetz für die Wirtschaft insgesamt. Das ist in Beratung. Dann ist gesagt worden, gut, das Gesundheitswesen kommt dann nicht vor. Aber keine Sorge, das kommt noch. Insofern hoffen wir, es kommt noch. Die spezielle Bürokratie-Entlastung für das Gesundheitswesen. Das wäre total wichtig. Das ist ohne Frage so. Zum Thema Pflege, ja, auch da wieder internationaler Vergleich ist so, haben wir deutlich weniger akademisierte Pflege. Und ich stehe dem total offen gegenüber, zu sagen, es werden Tätigkeiten aus dem ärztlichen Bereich auf die Pflege delegiert. Wir sagen auch, die Lösung für den ärztlichen Bereitschaftsdienst ist das Rettungssanitäter rausfahren. Bloß wir verteilen hier Aufgaben aus einem Mangelberuf, ärztlicher Beruf, in einen Mangelberuf, pflegerischer Beruf oder in den Mangelberuf Rettungssanitäter. Und dann frage ich, wo werden die denn entlastet? Also wenn wir einen relevanten Teil Pflegekräfte haben, die diese Tätigkeit übernehmen wollen, die das auch reizvoll finden, das zu tun, ist das ja wunderbar. Aber die haben ja jetzt auch schon eine Überlastung. Wir haben, glaube ich, im ganzen Gesundheitswesen keinen Beruf, der noch häufiger krank ist als Pflegekräfte, die eine hohe Belastung haben, die darüber auch klagen. Wo wir Betten gesperrt haben, wo wir Patienten aufnehmen wollen, aber sie nicht aufnehmen können, weil wir nicht genug Pflegekräfte haben. Und dann brauchen wir also nicht nur ein Konzept, wie können wir Tätigkeiten in die Pflege übertragen, sondern wir brauchen auch ein Konzept, wo können wir Pflege denn entlasten. Denn sonst können sie das ja einfach zusätzlich auch nicht leisten. Erst Herr Bayer, dann Herr Grau. Ja, und der zweite systemische Fehler, den wir nicht machen dürfen, ist, komplett neue Versorgungsebenen aufzubauen. Weil dann haben wir neue Schnittstellen. Kannst du ein Beispiel geben für eine Versorgungsebene? Ja, also ich gebe Ihnen ein Positiv- und ein potenzielles Negativbeispiel. Also Positiv ist zum Beispiel, wir als Verband sind einer der wenigen ärztlichen Berufsverbände. Wir haben jetzt sogar ein Studium für unsere VERAS geschaffen. PCM heißen die Primary Care Managerin. Da gehen jetzt im Herbst die ersten 90 mit Bachelorabschluss raus. Wir haben mit dem Happy-Konzept auch gesagt, wie können die Arbeiten in größeren Zentren mehr in Delegationen mehr übernehmen. Aber wenn Sie jetzt zum Beispiel einen kompletten Versorgungsstrang rausnehmen und sagen zum Beispiel, ich will da jetzt auch niemanden individuell delegitimieren. Aber würden Sie jetzt zum Beispiel mit Primary Care Nurses eine komplett neue Versorgungsebene einziehen, dann haben Sie neue Schnittstellen. Dann haben Sie Verantwortung, die selektiv übernommen werden. Und wer nimmt die Gesamtverantwortung? Also wir sollten systemisch schauen, dass es angereizt wird, dass Pflege sich akademisiert, dass wir mehr akademisierte Hilfsberufe bekommen, dass die Einheiten, in denen gearbeitet wird, aber integrativ bleiben und keine parallel laufenden Versorgungsstränge aufgemacht werden, die wieder Ressourcen binden, Schnittstellenprobleme schaffen und wieder zu neuen Abgrenzungssituationen führen. Da kann ich nur zustimmen. Das darf man nicht tun. Wir haben zu viele Schnittstellen bereits, zu viele Mauern in unserem Gesundheitswesen. Die müssen wir jetzt ja gerade abbauen und müssen integrativ denken. Unsere Hauptidee ja auch im Koalitionsvertrag ist hier auch das regionale Denken, die Gesundheitsregion, wo wirklich dann eben nicht mehr Sektoren getrennt, sondern regional kooperativ zusammengearbeitet werden soll. Ich wollte aber noch mal ein Wort auch sagen zur Pflege. Da haben wir ja schon eine ganz spezielle Situation. Wir haben ja wirklich Hunderttausende, keiner weiß es so ganz genau, aber es sind viele Hunderttausend Pflegekräfte, die ihren Beruf verlassen haben, die ja heute berufsfremd arbeiten. Und die durchschnittliche Verweildauer einer deutschen Pflegekraft in ihrem angestammten Beruf liegt so bei acht bis neun Jahren. Das ist natürlich ein Fass ohne Boden. Und der Grund ist, dass die Pflegekräfte unzufrieden sind mit den Arbeitsbedingungen, vor allem in den Krankenhäusern natürlich. Und deswegen sagen wir, wir brauchen bessere Arbeitsbedingungen für die Pflegekräfte im Krankenhaus. Und das machen wir jetzt mit diesem Personalbemessungsinstrument, Stichwort PPR 2.0, um einfach zu sagen, um gute Pflege leisten zu können, braucht man eine bestimmte Anzahl an Pflegekräften. Und da wollen wir eine Norm schaffen, um dann auch Menschen zurückzuholen in diesem Beruf. Ja, also ich glaube, es stimmt immer noch der Satz, mehr Pflege bekommt man durch mehr Pflege. Der klingt extrem komisch, ist aber so, weil die Grundzufriedenheit natürlich auch mit der Personalbesetzung zusammenhängt. Das ist so. Aber die Hans-Böckler-Stiftung hat ja mal eine Umfrage gemacht, und gerade diese Pflegekräfte gefragt, die nicht mehr in ihrem Beruf tätig sind, was müsste sich denn tun, damit ihr zurückkommt in euren angestammten Beruf? Und das war schon ein breites Spektrum, was da geantwortet wurde. Da gab es sogar auch Vorwürfe an die eigene Hierarchie, also gar nicht nur an die, also in erster Linie sogar an die eigene, bevor dann die Frage kam, Zusammenarbeit mit Ärztinnen und Ärzten. Also es ist auch da natürlich vielschichtig. Dokumentationsaufwand war aber auch ein wesentlicher Punkt. Auch, haben wir gehabt, ja, ein ganz wesentlicher Punkt. Und es ist natürlich auch jetzt schockierend zu sehen. Also ich habe die Zahl letzte Woche gelesen und habe dann nochmal mich versichert, ob es wirklich stimmt. Und schockierenderweise bricht 30 Prozent der Pflegekräfte in der Ausbildung die Ausbildung ab. Das ist natürlich, da sagen Sie mit Recht, fast ohne Boden. Da müssen wir uns auch überlegen, wo können wir da, wo können wir das nochmal verbessern? Wo können wir erreichen, dass auch in der Ausbildung vielleicht schon, ja, sich mehr Zeit vielleicht auch genommen wird für die echte Ausbildung? Allein das Studium, glaube ich, wird es nicht retten. Das ist eine Kombination, die wir haben müssen. Und der Punkt ist auch deswegen so wichtig, weil es ja nicht nur um Pflege im stationären Bereich geht. Es geht ja auch um Altenpflege. Es geht um die Möglichkeit, dass wir, wenn wir Patienten ambulant behandeln können, auch Pflege mehrfach am Tag verordnen können. In Dänemark kann ein niedergelassener Kollege fünfmal am Tag Pflege verordnen. Durch einen ambulanten Pflegedienst. Durch einen ambulanten Pflegedienst. Hier machen im Moment die ambulanten Pflegedienste pleite. Nicht, weil sie nicht genug Patienten hätten, sondern weil die wirtschaftliche Situation problematisch ist und es ganz schwer ist, Personal zu rekrutieren. Also wir haben schon viele schwierige Dinge. Und deswegen sagt auch keiner, die Politik, es wäre doch eigentlich alles ganz einfach. Man könnte es mal eben so machen. So einfach ist es nicht. Und vielleicht kann ja auch so ein, wir haben es jetzt immer Level 1i genannt, jetzt im Referentenentwurf steht ja sektorübergreifende Versorgungszentren. Am Ende ist es egal, wie es heißt. Aber es könnte ja vielleicht auch ein Kristallisationspunkt von Versorgung sein, dass an so einem Haus vielleicht auch so eine Versorgung aus einer Hand dann entsteht, wo sich vielleicht Physiotherapeuten angliedern und Patienten gerade im ländlichen Bereich Versorgung dann bekommen, wo sie nicht an vier verschiedene Stellen fahren müssen. Und wenn dann die regionale Haushaltspraxis auch in der Nähe ist und so weiter, kann sowas ja auch positiv sein. Wir können ja auch mal versuchen zu überlegen, ist es denn wirklich sektorübergreifend? Dann wäre es ja mal ein Schritt in, wir alle wollen ja weniger Sektoren mauern. Kann es ja auch ein solcher Schritt sein. Naja, ich sehe Sie, habe Sie wohlwollend schmunzeln sehen? Nein, also das hat zwei Seiten. Also ich glaube, dass es eine Berechtigung gibt, dass an ausgewählten Standorten in so sektorenübergreifenden Zentren gearbeitet wird. Und da werden wir uns auch beteiligen. Nur man muss eben aufpassen, dass die Versorgungsaufträge und die Bedarfe klar sind und dass wir dann auch schauen, wer braucht welche Förderung, um diesen Bedarf zu erfüllen. Wie gesagt, wir sind, was das betrifft, mit unserem Happy-Konzept auch da und hoffen, dass wir damit sehr viel dezentraler arbeiten können. Können Sie das ganz kurz ausführen? Ja, das heißt hausärztliches Primärarztzentrum, Patientenversorgung intersektoral. Also da geht es auch um intersektorale Zusammenarbeit. Das sollen aber etwas kleinere Einheiten sehen, weil wir sehen, die Nähe zum Patientin, zum Patient auch eine große Rolle steht für die Erbringung von Leistungen in schwierigen Situationen. Also je größer ein Zentrum ist, desto anonymer wird es dann doch viele unserer Patientinnen schätzen. Die persönliche Bindung, auch wenn die Anzahl der Ärztinnen und Ärzte dort unüberschaubar wird, ist es ein Qualitätsverlust. Das sieht man auch, wenn man sich Evaluationen von Palliativprojekten anschaut, wie wichtig es einfach ist, einen persönlichen Ansprechpartner zu haben, den man irgendwie noch kennt. Das ist nicht immer der gleiche, aber dass es ein Team ist, das es kennt. Also man muss, wenn man den Hausärztlichen, und nur von dem kann ich reden, Bereich sich anguckt, die Einheiten nicht zu groß werden zu lassen. Und wir kennen schon jetzt hausärztliche MVZs mit 70 Sitzen. Ich sage ganz klar, die machen alles Mögliche, auch partiell Hausarztmedizin, aber der hausärztliche Versorgungsauftrag, den diese Gesellschaft will, den werden sie in einem MVZ mit 70 so nicht erbringen können, wie wir das bisher gewohnt waren. Vielen Dank, Herr Bayer. Weil wir uns jetzt langsam dem Ende neigen, vielleicht eine Abschlussfrage an Sie drei. Das Wort Bedarfsanalyse fiel jetzt sehr, sehr oft. Jeder von Ihnen hat das mehrfach angeführt. Es scheint ein ganz klein wenig, als hätte die Bundesregierung diese Bedarfsanalyse nicht in der Form gemacht, wie Sie, die ja aus dem Fach kommen, das für nötig gehalten, für nötig hielten. Hat der Bundesgesundheitsminister das versäumt? Ich meine, die Kommission tagte recht lange, das waren hochkarätige Fachleute. Haben wir ein Problem bei der Bedarfsanalyse? Müsste man da nochmal ins Detail gehen, wenn es jetzt darum geht, wie die Gesetze sozusagen letztlich ausgearbeitet werden, wie die Gesetze letztlich angewandt werden sollen? Vielleicht fängt Herr Graumer an. Nun, wir betreiben ja in allen Bereichen unsere Gesundheitsversorgung Bedarfsanalysen und bauen unsere Versorgung darauf auf. Die Kassenärztlichen Vereinigungen, da gibt es bestimmte Schlüssel, zum Beispiel eine Zahl von rund 1600 Patienten pro Hausarzt sitz ungefähr. Für Fachärzte gelten andere Planungsgrundlagen und es ist vorher auch schon gelernt worden, die Länder betreiben ihre Krankenhausplanung auf Bedarfsanalysen. Da gibt es dann immer Studien, die dann Grundlage sind, Untersuchungen, Grundlage sind für die Krankenhausplanung. Wie man gut plant für gesundheitliche Bedarfe, ist tatsächlich kein triviales Problem. Da gab es vor wenigen Jahren ein Gutachten, das hat, glaube ich, 800 oder 1000 Seiten gehabt. Also da machen sich kluge Menschen ganz, ganz viele Gedanken. Eine Reform der Bedarfsplanungsinstrumente ist jetzt tatsächlich im Moment nicht im Fokus der Politik. Das ist richtig. Aber wir sagen, wir schaffen neue Instrumente, um dem Bedarf der Patientinnen und Patienten gerecht zu werden. Gerade in einer älter werdenden Gesellschaft, in einer Situation, wo wir im Moment einen Fachkräftemangel haben, bauen wir jetzt neue Elemente dazu, um eben dann sachgerecht und auf hohem qualitativen Niveau versorgen zu können. Und das ist eben, indem wir die Transformation des Krankenhauswesens jetzt einleiten mit stärkerer Konzentration für manche Bereiche, aber dann eben auch die flächenorientierte, breite Versorgung, etwa mit den sektorübergreifenden Versorgungszentren, etwa diesen Level 1i-Krankenhäusern und mit den vielen anderen Maßnahmen, die wir jetzt ergreifen, und dass wir damit ambulant und stationär die Versorgung auch in dieser schwierigeren Situation gut sichern werden. Also keine Fehlplanung? Die Analyse hat soweit möglich stattgefunden. Vielen Dank, Herr Grau. Frau Jonas ist ein bisschen skeptischer. Ich gehe davon aus, dass der Bund davon ausgeht, dass die Länder diese genaue Planung regional dann machen werden. Da hoffe ich dann, dass sie das auch tun werden. Das müssen sie auch tun, denn am Ende sind es ja die Länder, die vor Ort die Versorgung sicherstellen müssen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Da kann man nur an alle Bundesländer appellieren, das zu tun. Wir müssen ja schon auch der Ehrlichkeit halber sagen, dass die Länder ja seit vielen, vielen Jahren gesetzlich die Möglichkeit haben, dezidierte Planung zu machen. Leider hat das über viele Jahre kaum stattgefunden. Und nicht nur das, sondern auch die Investitionskostenverpflichtungen, die die Länder haben, auch denen sind sie nicht nachgekommen. Deswegen sind so viele Häuser jetzt im Defizit. Nicht nur deswegen, aber ganz entscheidend deswegen. Und insofern hoffentlich Bedarfsanalyse in den Ländern bei der Umsetzung von Konzepten. Und das wird dann entscheidend sein, auch in der Vorausplanung, um halbwegs sicher zu sein, die nächsten Jahre. Und nochmal mein Appell, auch Katastrophenszenarien oder gar Szenarien wie einen Verteidigungsfall mitdenken und dafür mindestens einen Plan in der Schublade haben. Hoffentlich müssen wir die Schublade nie öffnen. Vielen Dank, Frau Jonab, wobei das weitere Sendungen erforderlich macht. Ich spreche es nur auf andere mit an. Aber wenn wir jetzt planen, dann müssen wir es mitbedenken und nicht sagen, fünf Jahre später, ach, jetzt müssen wir daran mal denken. Ich habe das verstanden. Ich sehe es ähnlich. Herr Beyer, das letzte Wort. Ja, also es gibt keine Schwarz-Weiß-Antwort von mir. Es wurden viele Gespräche geführt, Herr Grau hat auch angeführt, dass hier durchaus die Bedarfe jetzt für den haushärztlichen Bereich durchaus von der Regierung gesehen wurden. Es gibt noch Bereiche, wo das mangelt. Wir haben einige davon angesprochen. Es ist, glaube ich, wichtig, hier Kommissionen zu schaffen, die auch kontinuierlich evaluieren, was passiert. Und da wurde jetzt zum Beispiel am Montag wieder vom Kanzler eine Medizingesundheit- und Resilienzkommission vorgestellt. Da ist kein einziger Haushalt, keine einzige Hausarztin drin. Das stimmt uns dann wiederum bedenklich. Aber insgesamt, die Richtung könnte stimmen, aber sie muss dann aber auch nachgehalten werden. Vielen, vielen Dank an Sie drei. Ich möchte mich auch bei den Zuschauern bedanken. Wir haben heute viel gehört. Zusammenfassend lässt sich, glaube ich, sagen, Ambulantisierung ist ein sinnvolles, erwünschtes, gesundheitspolitisches Ziel. Da wird aber noch viel zu machen sein. Ich will es mal so schließen. Vielen Dank nochmal. Das war MB Direkt, das Marburger Bundes. Schön, dass Sie dabei waren. Ich verweise jetzt nochmal darauf, dass alle Sendungen auch auf der Webseite www.marburger-bund.de abgerufen werden können. Sie können auch den YouTube-Kanal des Marburger Bundes besuchen. Die nächste Sendung ist in drei Monaten geplant. Wir freuen uns, wenn Sie wieder dabei sind. Bis zum nächsten Mal.